Seid gegrüßt, rück und zurück zu einem Part Beldus P3, Dark Lurge. Wir haben uns am Ende des letzten Parts, hier durch Mokelei, hier hineingeschummelt. Und wir werden jetzt das Gasthaus zum letzten Licht fliegen und infiltrieren. Und dann, sehr wahrscheinlich, alles was hier lebt und bewusst wie Nanos kommt hier zu schlafen. Es tut mir jetzt schon leid, aber das ist der Dugboge. Soll, oder was auch immer du bist. Sie ist die Quartiermeisterin, und wir müssen handeln. Steck auf, während du kannst. Ich hoffe, dass ich genug bringe, um uns zu sehen. Sie brauchen ein bisschen mehr Geld. Kann ich dir noch ein bisschen Geld unterjubeln? Ein bisschen im Kampf, das ich sofort ausgeschaltet habe. Kann ich euch etwas abnehmen, um das es mich was kostet? Ich bin da sicher. Ein Zehn schaffe ich doch. Oder auch nicht. Na komm. Ein Grad ist gut, wenn wir dann wieder an sie zurückverkoppeln können. Ah, vorratssparkiert. Lass fahren sehen. Rindenhautrüstung. Ja, wir haben keinen Bullenansturm. Wir haben keinen Drübenhaut. Ja. Gut, der ist ungefähr an den Koshigo. Das Schwächen offenbar, und wenn der Träger Schaden bei einem Waffenlosen angeboten wird, erhält er bis zum Ende des Zuges einen Bonus von Plus Eins auf seinen Zauberettel. Okay, das brauchen wir, das Ding. Mangel des Schutzes, so ist noch das Plus Eins. Notsoft Plus Eins. Sehr gut. Machen wir jetzt vielleicht nicht so dringend. Ob sie die Jahren durchzune Ruhe. Flammende Rache. Bei einem völklichen Rettungshof gegen den Zaubern des Gegners. 6 bis 9 Feuerschaden. Bei diesem Wettresistenz gegen Feuerschaden. Oha. Nicht irgendwas für ein Mensch. Ich weiß nicht, ob wir so viel Geld überhaupt haben. Die Rüstung ist halt auch. Du hältst Stärke des Stiers und deine Stärke wert wird um 2 bis auf maximal 20 erhöht. Nun beirrter Stier. Du kannst nicht gegen deinen Willen stoßen werden. Du bist bei Rettungszwerfen gegen den Zustand festgesetzt im Vorteil. Das wäre halt auch was Gutes. Sieht halt eh nicht aus wie die jetzige. Die Wut kaufen wir, die Kaputze kaufen wir auf jeden Fall für. So ein Mensch. Was denn es ging? Feuer. Und Feuerschaden wäre schon. Ich steck's mal wieder zurück. Ich nehm schon lieber das hier. Kostet dasselbe. Kampf mit 2 Waffen. Schutz vor beschlossen. Schild. Eine hübsche 2 Erdachst. Defensiv Angriffen. Nur deinen ersten Angriff in der Runde ausführst. Kennst du die Verzauberung dieser Waffe um 1 zu erinnern? Und deine Rüstungsklasse und deine Rüstungsklasse um 1 zu erhöhen? Okay, doch keine so gute Waffe. Kampfstab. Kleber. Ja, gewöhnliche Verzauberungsgegenstände. Schönste Hingabe. Schildschlag und schönste Hingabe. Für die Hingabe und Beistand. Ganz so bedrückten Kardus. Ist ein bisschen besser als das Schild, was ich schon habe. Ja, das ist jetzt... Lassen wir mal. Darauf kommt es jetzt auch nicht mehr an. Ich muss gucken, wo ich spare. Ob ich kenne, was sie alles tut. Wenn wir... Wenn wir sie töten. Ein, zwei Sachen kriegt man ja als Noten auch dazu. Erstmal schauen, was wir verkaufen können. Das muss ich erst noch mal auf die Wunschliste setzen. Jetzt geht der Bosheit. Benötigst für einen kritischen Treffer. Ein Auge weniger. Jetzt setzt es bei Konsumen die Effekte an. Gerade jetzt hier noch. Okay. Das ganze... Ich bin nicht zugig, dass wir nur benutzen werden. Tätaten in der Flasche. Ein Ring. Momentale Befangenheit, ja, können wir noch behalten. Ach ja, das können wir jetzt schützen, das können wir jetzt schützen, die Wehrtresistenz gegen Feuer schauen, das können wir jetzt tragen. Das Alamant Langschwert, ich behalte es mal noch, vielleicht können wir es auch mal verkaufen. Spurloses Gehen. 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 Und dann will ich es halt wieder... Ich will es halt nicht verkaufen, aber es ist halt schon, auch wenn die weniger Schaden macht, ist die halt schon eine... Das ist schon eine bessere Waffe. Trinkt der Endes oder der kurzen Rast. Ich behalte es mal noch. Ich muss das nicht einfach sehen. Kann einer von uns sowieso. Ich habe auch schon gesehen, dass das hier jemand kann. Komm, verkaufen wir den Ring. Die ganze Trink, die ich nur nutze. Das ist ein Trink, den ich nur nutze. Ich bin nur ein Trink. Und der Heißband. Das könnte noch Storice angewandt werden. Ich glaube, das war ja nicht, aber... und das zusammenhang das operations bestätigen mit könnte noch hilfreich werden schutz vor gut und böse bestand seit wann können wir das nicht teilen wir müssen den ganzen Haufen reinpacken das ist auch ein Bug, den wir hier 209 geben verkaufen wir da unser ganzes Geld können wir hier noch was 400 Feuerball das nehme ich auf jeden Fall Schriftrolle und einen neuen gebe ich dir so, den können wir endlich aufziehen wie sieht denn der aus Pottlässlich er schützt den Träger vor kritischen Treffen ist schon genial Präsidents gegen Feuerschaden ist schon ist auch genial ich habe mal eine neue Rüstung und einen Deckel und ein der die 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 quenn Die lange Zone ist halt schon ein Verträger Schaden bei einem Waffenloser Angriff bewirkt. Das ist halt die einzige, die hier Schaden Waffenloser Angriff machen kann. Hm, okay. Angriffen aber. Können wir auch noch umfärben. Können wir rot färben. Naja. Ist dadurch nicht besser geworden. Schwarz und rot. Versuchen wir das mal. Besser. Schwarz und roten Rutsch und sexy. Der Rutsch und inspiration. 2 Züge nach 2 Trier. Ich muss mal hier zu Ende und schicken Noch was abnehmen. Okay, so kann man es auch machen. Ein bisschen sinnloses Zeug verkaufen. Pissionische Rache. Haben wir halt noch nicht gebraucht. Das Schild brauchen wir schon noch. Sagen wir bloß gerade wegen der... Ich kann gerade mal wieder ausrüsten. Das Waffen werde ich nicht brauchen. Rechner, Schild. Schleppen wir ja nur umsonst mit uns. Ja... In der Selbstkleidung bringt es nicht so viel. Ein bisschen gröses... Ganz schön. Und behalten wir halt noch in den Torn. Flüster Maske. Flüster Maske. Schleppen... Flüster Maske. Flüster Maske. Flüster Maske. Flüster Maske. Wird schon mit dem Flüster Maske. Flüster Maske. Wir könnten eigentlich auch mal gerade, wie lange wir hier sind, würde uns nur nicht vergessen, dann rausgehen, wieder mit Herrn auszurüsten. Geht es, Läger, vor Ort. Wenn du mit Jahehrer bist, du mit mir. Ich habe das Schussgeimpfangst, das hebe ich mal noch auf, weil ich diese ganzen Sachen hier nicht getragen, nicht gebraucht habe, ein besoffener Kerl. Da und gleich nicht. Ich kriege zwei Gerüten, aber scheinbar nicht gebrauchen. Kein Schattenherz noch. Lagerpag Nummer 4. Oder auch nicht. Hat keiner mehr dabei. Oh, Talis von der Absoluten. Das würde gefallen. Schwert der Schreier. Immer Glühklinge. Ich bin nur 42 Gold. Verkaufen wir mal hier. Spitze Städen. Verkaufen wir nicht mehr. Metallschild. Jetzt nehmen wir uns Träuben, da hätte ich mal lieber noch. Bekleidung von Schattenherz. Ähm. Ja. Nice für Koffert. Bleiben los, Tom. Wiener los túnel. Wiener los, Tom. nur was nicht gebraucht wird rüber damit da ist noch kein umhang kauf den schild gleich mit damit gleich haben wir so viel geld dabei kannst du nichts im schutzumhang tragen das leicht bessere schild sieht doch ein bisschen besser aus ausgerüstet für den Kampf ähm was da war's im Gesicht müssen wir alle nachher töten das wird brutal das wird brutal bei der und halber armee die in uns guck mich hier nochmal um und daemon ist nicht hier den haben wir getötet und da man und hierher kennen wenn man nicht mit den tieren sprechen oder so irgendjemand Schönen wir den Hörbett. Schönen wir den Hörbett. Sie hätten nicht gewusst, dass wir in mehr interessanten Zeiten leben. Nicht haben ein Wort. Schönen wir den Hörbett. Schönen wir den Hörbett. Die Hörbett. Die Abstoßende Bestie. Schönen wir den Hörbett. Schönen wir den Hörbett. Interessiert betrachten. Ein bisschen in seinem Blick. Erfreut. Erreut. Man muss die Hörbett. Woher. Erreut. Also war die Hörbett. Wenn wir angriffen, wollen wir den Ochsen erschlauen? Wahrscheinlich. Ach, nur die Ochsen. Das ist aber ein steimiger Ochser. Ich glaube nicht, dass ich in einem Ochsen die gleiche gleiche sehen werde. Oha. Siegensklinge ist gestaltet worden. Du erhältst den Bonus von 1,4 auf alle Würfel, wenn du ihn gestellt worden ist und dich tarnst. Okay. Wenn du Völkern befluchst, erhältst zwei Züge langer Kahn, sind schärfer. Können wir beide Hände darunter wieder verkaufen? Ich denke, ob die Gäste mich anschauen. Erstmal mit uns rumschleppen. So, hier würde ich mal rauf. Sindal. Was sind die Ochsen, die hier? Oh, ne Schaukel. Oh, ne Schaukel. Ich nehme sie mal mit. Könnte sein, dass wir mal was schaufeln müssen. Kisten auskamen oder so. Panzer der brutalen Energie. Erhält Energie, Kanalisierung, wenn Hieb, Stich oder Wuchtschein erlitten wurde. Nachteil bei Helmlichkeitswürfen. Ich meine, das wäre ein guter. Ich habe das Ding für. Ich wusste noch, dass sie gibt es nicht. Ich meine, wir haben jetzt starke Wüstung. Wenn er wird. Nehmig. Tragisch. Das hier. Und das wohnen. Ja. Boah. Das ist süperig. Sieht fast wie ein edler Ritter aus. So ist es besser. Oh. 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 Ich muss sie auch mal hier hoch gingen. Hm. Oh. Isabel, ja, da müssen wir, da müssen wir gleich hoch. Zügel ist gern noch ein bisschen hinaus. Ah, das ist der Felsen, wo das Portal... Ja, da brauchen wir aber Hellsinn für. Die Flange tüte die Süßkirche. Ah, was zum Schaufeln. Gut, dass wir eine Schaufel haben. Eine Kleinigkeit, aber okay. Hier geht es unter der Brücke durch. Hier geht es um den Weg hinaus. Okay, da waren wir wirklich noch nicht. Sollten wir nachher vielleicht mal vorbeischauen. Jetzt ist es gerade ungünstig. Und wir machen es jetzt. Eine kleine Rüsten. im Bett erstmal schlafen gelegt oha heimlich auch wenn der Träger verschleiert ist erhält er einen Bonus von bloß 3 auf heimlichkeitswürfen was könnte denn hier verschleiert sein Pistarionsrüstung Giftschern aber nie wirklich benutzt aber das Glauben ist auch nicht wirklich verschleiert mein Charakter ist aber zu mal verschleiert das Giftschern das Giftschern das Giftschern machen wir nicht an hier das Giftschern das Giftschern das Giftschern das Giftschern das Giftschern Wenn wir gleich kämpfen müssen. Ich kann hier vernünftig angreifen. Geh nochmal außen rum. Jetzt haben wir alles gesehen. Ah, die haben schon. in Andachtstille gemacht Vielleicht waren seine Witze besser als ein Überlebenstalent Oha Meinst du, da lebt man gefährlich? Ich bitte auch über Ihren Verlust Ihr... jetzt... jetzt zum Regen geben Das war grad so ein bisschen ha-ha, denn Kiel und dein Freund ist gestorben Tja Wie immer die schlechteste Antworten Du hast ja gar keine Ahnung Du machst dir keine Vorstellung Modern Shadows ist... ja, ist schon... ist schon richtig formuliert Ist... aber nicht so wie er denkt Ne, genau Ich nutze meine Gastfreundschaft hier aus Nicht, dass hier viel gibt's aber... Mal gucken... Beidels Traube Eine faulige Banane Ein bisschen Eick können wir noch mitnehmen Ich habe einen Regenpflege geschlagen Ich habe einen Schuss bekommen Ich habe einen Sparen In das Schuss Innovation Ich werde ihn nicht merken Spinnennetz. Versteckte Kammer. Versteckte Kammer. Und die Bosne Wand. Die Residenz in der Tieferung bleibt. Wo geht's denn hier lang? Oha. Mienlob. Oh, der neben mir. Den hab ich nicht gesehen. Ich rück hier den Keller mal aus. Ich habe kein Problem. Ich habe keine Probleme. Hab ich dir, was mögen. Sie werden, was ihr habt? Komm gerne, du kannst dich nicht zunehmen. Oha, was die Idioten! Ich kann nicht teleportieren Scheint so Wieso? Nein, nein, nein Alter So, positioniert euch mal Das ist ja noch nie geklappt Wow Und viel Stampf Geht dann mit eins bei sich Müssen dann eh noch mal eine Passt noch Passt noch Okay, ich bin Nicht ich, sondern Der Mensch ist so ein Bier Mit allem, die wir sind Ist nicht gut Ich bin Bräner Obtich selbst Wo bin ich denn ... gefesselt? Ich scheine jetzt mächtige Fächer zu sein. Kann ich nochmal angriffen? So ein Mist. Das läuft nicht optimal. Okay, Schlag. Entschuldigung. Trittischer Treffer. Kann ich jetzt meinen Teele? Auf die rüber. Ach komm. Schaden kann es nicht. Aha. Ich kann die gar nicht angreifen. Das ist hier der Kampf des Lebens. Mega was fällt. Da ist der Kampf. Der einen weg. Ich könnte ihn mal dreimal angriffen, jetzt ist es jetzt beim ersten Mal schon vorbei. Ich habe gedacht, das sind kleine Spinnenviecher hier. Jetzt haben wir hier noch einen Postfeld des Todes. Da sind das Viecher. Ob du nachher auf jeden Fall eine lange Rast hast. Immobil. Naja, das lässt sich aufgetragen. Ein Fehlschlag. Fantastisch. Das wird den Lohnes aufbringen. Das ist nur noch der eine. Das Klima. Präsenz erkennen. Oh, wow. Ich habe nichts dabei. Das war ein Viecher. Erstmal eine kurze Rast bevor dir noch irgendwas passiert. Das ist ein Lohnes Schrein. Das ist ein Lohnes Schrein. Er ist weggeblieben. Vielleicht hätten sie keine Wahl, aber zu schlafen. Also, eine Karte ist. Das war glaube ich. Das ist ein Lohnes Schrein. Ich verriere es. Ich würde das schon mal einigen. Ich werde das kommen. Es ist weggeblemer. Die Yupung. Oh ja. Ich habe das nicht. Ich werde das nicht. Gehalts das nicht. Ich werde das. Du Poß, das ist jetzt. Das ist nicht Zeit, wir haben einen Schlüssel, das ist natürlich jetzt versperrt, die gehen in die Leere wahrscheinlich, ein bisschen ein Bein vergießen, sieht aus wie Blut, ein bisschen. Okay, dann wollen wir mal wieder. Interessant. Ach, da sind wir wieder, was man so alles nun klar finden kann. Waste Room. Nehmen wir einen Wingsheet, wird zwar rumklauen. Waste Messer. Wir haben einen Wingsbetrieb. Dann finden wir mal die Käfige und ich das darunter was gebe und auch eine weitere Wand. Die zerstörte Lange. Wo ist eine Wand? Oh, Pögerfass. Hm, auch Pögerfass. Ich gebe es einen Schott. Oha, wo kommen wir denn hier hin? Und da sieht der Modus. Achso, ähm. Letzerno. Ich mache keinen Scheiß, Leute. Ich mache keinen Scheiß. Geht's zurück oder was? Wo kommen wir jetzt hier raus, zurück nach 2, äh Akte 1, ich glaube die Schlachtfeld So hier im Haus, uja, interessant. Und hier ist der Schrein, William Dorn. Interessant, hier ist eine Truhe. Au. Ich hätte auch bunter zu tun können. So nämlich. Er kann es strahlen, wenn der Träger Zauberschaden bewirkt, während er von einer Lichtkeule erhält ist, bewirkt er außerdem 2 Züge nach einem Lichtkeule beim Ziel. Das ist der Arion, ich habe einen Ring für dich. Sprühende Farbe, wer braucht denn das? Ich habe die Kondensation ein bisschen erwischt. 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 Und hier waren wir schon. Wollen wir mal rein. Ähm... Hier vielleicht. Na, hier ist doch wohl ein Gang. Oh, Platz auf Seine Majestät. Baba, wuff. Den Herrn ausstricken, um die Katze zu streichen. Wer ist denn ein braves Kätzchen? Sie nicht. Ja, ich habe glaube ich auch am ersten... Am ersten Mal mit ihr... Mit ihr gesprochen, da könnten wir mit Stion sprechen. Da war sie ja nicht so... Ist nicht sehr zugehnlich. Ja. Ja, auf jeden Fall. Hm, was ist das? Oh, ein Bökel. Tonförmige Schlüsse. Wir müssen uns treffen. Die Karte ist bereit. Geht zu mir und in den Keller. Sucht nach dem Turm. Ihr habt den Schlüssel. Lasst die Truhe in Ruhe. Das ist mein Ernst. Geht direkt durch. Und ihr werdet für mich gezeichnet. Okay. Okay. Die Keller war es schon. Ich habe nichts gefunden. Ein bisschen alt mitnehmen. Ich hoffe, ich nehme das nicht über. Ich hoffe, ich nehme das nicht über. Ich hoffe, ich nehme das nicht über. ig. Halbots? Willts... Glauben, Schnaps? jetzt versorgen kann ein trinkhorn schniesturmring mit kälte schaden bewirkt verursacht er zwischen einem kreis aus eis es räumt sich mit einem durchmesse von 4,5 im zielbereich jetzt kannst du deine terne mal wegpacken ein bisschen egg mitnehmen gehen wir mal hier durch jetzt mit haste mit haste du hast du in die tausen gut ich hoffe es nicht zu lange für duke ravengaard an extra blade could be the difference between rescuing duke ravengaard oder verlieren ihn immer noch. Ich hoffe, dass du uns helfen kannst. Schön, dass du einen Freund aus den Schatten aus den Schatten einmal. Ich habe etwas zu fragen. Flamme. Das ist dein Name, oder? Art-Color? Ich bin Fisch-Jallar. Ich bin Fisch-Jallar. Wir brauchen dich, Herr. Einer von uns hat sich genommen. Ein Grand Duke. Vielleicht wissen Sie etwas, das könnte uns bringen. Wir finden ihn in den Schatten. Wir schauen. Nichts, die da vor langem überreicht. Ich weiß, wie er es gemacht hat. Oder wo er von kam. Das ist kein physisches Schmerzen. Es ist eine spirituelle Malaise. Der Mensch hat sich durch den Schatten entgegengeteckt. Doch es hat sich nicht gebrochen. Aha, die Person, die ich erwähnt habe, Was ist das? Hm, hm. Keine Ahnung, ich höre. Also, ohne Heil-Sinn. Wir haben ihn genauso gut auch. Er ist. Der ist verloren. Der ist. Mit Heil-Sinn gibt es dann die Story-Quests. Eine Sache. Zuவர. Aber, oh. Ich hoffe, Sie sind falsch. Was wünsche ich dir? Wir sind eine Schönheit. Wir sind ein Schmerz. Wir sind nichts zu sehen. Wir sind auch zombies. Wir werden uns noch mit Gerhen-Kendungen. Wir kommen dann aber mit Gerhen-Kendungen. Wir würden sie ja noch kurz zu reden. Sie sind herzlich willkommen. Trink ihn. Habe einen Drink. Für deine sehr gute Gesundheit. Ein Hint, ein Klaussgras. Eine Herbe, die gesagt wurde, um die Wahrheit zu erlösen. Jaheira schlägt dich. Wichtig. Er schlägt nicht den Tast, wenn du das fragst. Mein Vertrauen verdirbt ist. Es ist gefährlich. Es geht so schön um Nacht. In einem Zug trinken. Es wird jetzt interessant. Es wird sehr gut. Es wird sehr gut. Und ich werde mich sicher sein. Es wird jetzt interessant. Es wird sehr gut. Es wird sehr gut. Ich spreche von Erfahrung. Es ist ein Heer über dich. Etwas. Alien. Antwort mir wahr und nicht lieb. Der Parasite verändert dich. Ist es nicht? Jetzt weiß ich warum ihr meinen Wein bewürzt habt. Ja, der Parasite gibt mir Kräfte, die ich noch nie hatte. Er verbessert mich. Rettungshof. Deine Gedanken. In der Wahnsinns versteckt. Meine Lüge sind. Sechstes Kinoheim. Sechundzwanzig. 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 Okay. Sechundzwanzig. Ich habe ihn in den Türmen des Mutaufgangs getroffen. Wenn er zurückgekehrt ist, hat er beim ersten Mal vielleicht nicht hart genug getroffen. Wer war es? Wer war ist er? Ich beobreine. Ich bin sicherer und sour. Ich hab ihm das- Ich er bis in den Thorn-Mausoleum. Ich bin einmal ein Charan. Ich habe mich gebaut von Арmei Dörfer. Nach diesem Reward. Dass wir ihn auf der Welt Platz haben. Wir haben ihn um Dienstagungen gepflanzt. In der Abwechacht. Aber er zurückgekehrt. Aber er zurück. Nicht nur der General Conference in Third-Germann wieder zurückgekehrt. Es scheint alles immer wieder zu sein. Und eine die schlimmste Erzt. Als einer Scharmklinger. dass nicht egal wie blick die Dinge sehen, es gibt immer Hoffnung. Du bist die Hoffnung. Als ich dein Willen für ein einfaches Leben verabschiede, müssen wir einen anderen Weg versuchen. Protektiert von deinem Artifakt. Du kannst seine Forderungen in der Moonrise-Towern als eine echte Seine. Find out, was es ist, das ihn invincible macht, damit wir ihn von seiner Vorteil entfernen können. Erstens muss er das andere sterben. Together, wir verabschieden seine Tower und setzen einen finalen Ende zu diesem Blight. Without a cure for your infection, your days are number two. Yet you selflessly offer to spend them fighting alongside us. I like you. I promise I will do everything I can to make sure you survive this. Any cure starts with understanding the disease. Whatever magic-gathericks you use to control these tadpoles, it must be at Moonrise. Until then, we keep drinking wine when we meet. You're not our only secret weapon. Isabel, a freer of Seluna, and light in the darkness. She cast the moon shield around the inn. It's the only reason why we're still alive. She's upstairs in her chambers. Tell her I send you. And she'll see you through the shadows safe. The tea. 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 Maybe I need more pockets. The tea. But they are still in the darkness. The tea. And the tea. The tea. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020